Oh, was? Hast du das gehört? Das ist eine Fliege. Niemals. Doch, auf jeden Fall eine Fliege. Denkst du nicht, die Fliege kann uns irgendwie Kohle einbringen? Stell dir vor, sie hört auf uns. Dann schicken wir sie zur Bank, lassen sie für uns einen ganzen Batzen Kohle rausfliegen und fertig. Wir zähmen sie. Frédéric Breton, das ist ja echt verrückt. Hä? So war das doch nicht geplant, oder kennst du die Mädels? Ich hab sie noch nie in meinem Leben gesehen. Die denken, ich wär ein alter Bekannter oder sowas. Wie praktisch. Find ich auch. Heute Abend serviere ich euch Putenrohladen. Sie hatte eine Gehirnerschütterung durch einen Skiunfall. Seitdem ist sie eben so. Guten Appetit, Leute! Warum hast du dich hier drinnen verbarrikadiert? Du bist ja nicht mehr ganz dicht. Du hältst da drinnen einen Hund versteckt. Einen Hund? Hey! Was? Was kommst du hier einfach rein? Willst du mich vielleicht anmachen, oder was soll das werden, Freundchen? Bah, wo mein Schatz? Du musst das hier für mich besorgen. Bald schwimmen wir in Kohle. Toll! Was für ein Drift! Macht es euch Spaß, andere zu nerven? Was hast du gemacht? Sie ist eben eine Fliege. Ja, stimmt. Wichtig sind. Untertitelung des ZDF, 2020